Das sind wir, kurz vorm Ende von Staffel 4 oder genauer mit Episode 9. Die führt uns ins echte Leben, das es aber so jedenfalls heute nicht mehr ganz genau gibt. Trotzdem auch diesmal ein echter Fall, ein echtes Urteil und unsere echten Gedanken dazu. Also fühlt euch willkommen, wir freuen uns, wie zahlreich ihr uns schreibt. Und es ist soweit, ich komme nicht mehr nach. Ich kann mein Versprechen nicht mehr einlösen, dass ich jede Mail beantworte. Das ist schön und blöd zugleich, weil es viele sind und weil ich ja eigentlich ganz gerne in den Austausch gehe. Aber ich komme ehrlich gesagt nicht mehr nach. Also nicht persönlich nehmen, wenn ich nicht gleich oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall gar nicht antworte. Ja, ich gucke weiter nicht rein. Es tut mir leid, ich kann Heike da nicht entlasten. Ich halte das von mir weg, um mich befreit aufsprechen zu können. Heute haben wir mal wieder einen Fall und manche treuesten Hörer werden es kennen, wenn ich sage, das ist ganz, ganz nah. Das ist nicht weit weg von uns. Wir könnten in drei Stationen mit der U-Bahn dort sein. Das ist in der Hauptwache passiert, in der Diskothek Cookies. Älteren unter uns werden die auch noch kennen. Vielleicht auch ein paar jüngere, weil gibt es eigentlich noch. Ich würde sagen, jetzt habe ich viel gelabert. Wir hören einfach mal rein, was dort geschehen ist. Der Fall Am frühen Morgen des 9. September 2006 wird das Hells Angels Mitglied Nils Christian H. nicht in die Frankfurter Diskothek Cookies reingelassen. Das ärgert den 24-Jährigen sehr. Er telefoniert mit einem einflussreichen Mitglied der Rockergruppierung. Das interveniert und er kommt doch noch rein. Doch die Abfuhr ärgert ihn so sehr, dass er auf den Türsteher losgeht. Ihn ersticht. Dann verschwindet Nils Christian H., taucht unterstützt von seinen Rockerbrüdern unter. Vier Monate später stellt er sich. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Totschlags an. Und das Frankfurter Landgericht verurteilt ihn zu neuneinhalb Jahren Haft. Der Verteidiger des Hells Angels spricht von einem Fehlurteil. Ja, wie so oft haben wir es, wenn wir diese Beschreibung haben, jetzt länger wahrscheinlich ein Elefant im Raum sitzen, bis wir zum Urteil kommen. Aber ihr wisst schon, ich will immer wieder von vorne anfangen, weil ich auch diesen Fall ein bisschen selber noch im Gedächtnis habe. Natürlich, weil es zwar 2006, da war WM in Deutschland, das ist schon ein bisschen was her. Ja, deswegen habe ich auch nicht mehr alles parat. Aber mein erster Gedanke war, so einfach, wie wir das eben dargestellt haben, war das, glaube ich, nicht. Kam nicht rein, hat ihn dann erstochen. Da gab es irgendwie trotzdem noch dazwischen ein paar Sachen, die ich jetzt mal probieren will aufzudröseln. Das heißt, macht euch bereit, mit euch Popcorn-Team-Chronologie ist wieder da. Heike ist ja jetzt auch bei uns. Aber ich könnte heute zwei Chronologien vorschlagen, wie schon häufiger. Dann tu das und dann entscheide ich. Okay, also wir könnten uns zunächst den Angeklagten anschauen. Wir könnten aber auch gleich mit dem Fall anfangen. Dann fangen wir gleich mit dem Fall an zum Angeklagten. Kommen wir dann wahrscheinlich, wenn du mir von deinen Eindrücken vor Gericht berichtest. Wir fangen mal an. Ich stelle es mir mal so vor, ganz naiv. Man trifft sich, trinkt ein bisschen was, hört Musik und denkt, wo gehen wir jetzt noch hin? Ah ja, komm, wir gehen ins Cookies. Das ist immer offen. Können wir auch ein bisschen länger bleiben, falls irgendwie, keine Ahnung, also die kümmern sich da nicht immer so sehr um die Sperrstunde. Also habe ich auch schon feststellen dürfen. Ist eigentlich ganz cool da. Ist auch zentral. Du musst nicht viel Taxi-Geld bezahlen. So, die gehen da hin. Genau, und es ist 5.20 Uhr am Morgen. 5.20 Uhr sage ich ja, dann gehen wir nämlich nochmal da hin. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Wir gehen da hin. Es gehen da hin. Einmal unser Angeklagter, dann seine Geliebte, nämlich eine Tänzerin aus einer Table-Dance-Bar. Und er ist in Begleitung eines Menschen, den die Polizei so einstuft, nämlich Gewalttäter-Sport-Kategorie C. Wird, das kann ich schon mal vorne wegnehmen, später ein Hells Angels-Mitglied. Da ist er es noch nicht. Also die stehen jedenfalls da vor der Tür. Diese drei wollen rein. Das Problem ist, oder wird dann sehr schnell sein, dass der Angeklagte ein Sweatshirt trägt. Auf dem Sweatshirt steht Affa. Affa heißt Angels forever, forever Angels. Und man darf es nur tragen, durfte es nur tragen als Hells Angel. Heute darf man es gar nicht mehr tragen, weil sie ja verboten sind. Und nebst all ihren Insidien, ja, das hat er also an. Das heißt, er ist sichtbar an ein Hells Angel. Und der Mensch an der Tür, oder genauer gesagt, die zwei Türsteher, die kennen ihn auch. Es ist der Hells Angel mit dem blonden Locken, so wurde der genannt. Ja, und sie lassen ihn nicht rein. Ich bin ein bisschen irritiert, wie viele Informationen du mir gibst, weil das spielt ja eigentlich keine Rolle, welcher Vereinigung der ist. Doch, doch, weil er genau deshalb nicht reingelassen worden ist. Ja gut, aber das kann ja jede Diskothek für sich selber entscheiden. Es gibt sicher auch Diskotheken, wo das nicht so schlimm ist. Nun ja, es hat ihm ja offensichtlich nicht gefallen. Sonst würden wir diesen Fall ja nicht erzählen. Also der hat dieses T-Shirt an dieses Sweatshirt an... Ja, aber es könnte ihm auch nicht gefallen, wenn er woanders wäre. Ja, ja, klar. Diese Szenen gibt es ja oft. Ich meine, das hat ja... Ich frage nur so genau nach, weil theoretisch gesehen, du hast mich ja hier gelehrt in den ganzen Folgen, dass ich solche Sachen ja eigentlich ausblenden muss. Am Ende geht es darum, da geht ein Typ in die Diskothek, kommt nicht rein und wird deswegen sauer. Nee, in dem Fall ist es wichtig, deswegen betone ich es auch so sehr, weil er ja nur deshalb nicht reingekommen ist, weil er dieses Hells Angels T-Shirt trägt. Und erkennbar ein Mitglied der Hells Angels ist, sonst dürfte er dieses Sweatshirt nicht tragen und deshalb nicht reingelassen wird. Er überzeugt mich nicht, weil es könnte auch andere Gründe geben und dass quasi dieselbe Schlägerei deswegen entsteht. Gut, aber es ist jetzt so, er kommt nicht rein. So, da haben wir schon gehört, dann ruft er jemanden an, der dann wahrscheinlich beim Türsteher anruft und sagt, hier ist ein Freund von mir, lass ihn mal rein. Ja, also vielleicht sagen wir noch dazu, das spätere Opfer, nämlich dieser Türsteher, dieser eine Türsteher, der hatte wohl vorher schon mal Ärger mit einem, gab den, nannten sie den Schweden, nämlich auch einen Hells Angel und den hat er auch nicht reingelassen und da hat es Stress gegeben und mag sein, dass der selber eine Rechnung offen hatte. Ich glaube schon, dass das nachher noch wichtig wird. Ich glaube schon, dass das nachher noch wichtig wird, weil es ja jetzt anders ist, als in Fällen, die wir vielleicht sonst haben, wo ein späteres Opfer, wie formuliere ich das denn jetzt, ein späteres Opfer nicht zu irgendeiner Form von Provokation beiträgt. Wie soll ich das denn jetzt sagen? Das habe ich nicht verstanden. Also, dieser Türsteher ist kein Kind von Traurigkeit. Das werden wir jetzt gleich noch sehen. Das ist keineswegs so ein Opfertyp, der da steht und sagt, ihr kommt nicht rein und dann dreht der andere um und sticht mit dem Messer tot. Das war das, was ich nämlich auch im Kopf hatte damals. Das klang bei uns im Intro jetzt irgendwie so ganz einfach. Aber war es ja dann tatsächlich nicht. Aber wir müssen jetzt mal davon ausgehen, dass er sich trotzdem am Telefon hat überzeugen lassen, den doch reinzulassen. Ja, also der ruft, hier unser Angeklagter ruft einen Menschen an und der war und ist es auch immer noch, der ist wer in Frankfurt. Und der ist auch in der ja sehr, sehr, sehr stark hierarchisch strukturierten Rockergruppe Hells Angels, da ist der wirklich wer. Also der Mann hat Einfluss. So, den ruft der an. Der wiederum... Hätte der Tischler sich aber eigentlich denken können, wenn er den nicht reinlassen will, weil er so ein T-Shirt anhat, aber trotzdem eine Möglichkeit besteht, dass wenn der Chef von denen da anruft, hätte er sich das schon ersparen können eigentlich. Er hat sich ja zweimal dann trotzdem davon überzeugen lassen. Naja, also das kannst du, glaube ich, besser beantworten, als ich, was Testosteron mit Männern so anstellt. Das ist doch auch immer ein Machtkampf dann. Also das habe ich mal gelernt im Zuge aller Hells Angels Recherchen, die ja häufig die Macht an der Tür hatten, sprich im Türsteher-Milieu, aber da in der Szene, sehr, sehr einflussreich war, weil es immer heißt, wer an der Tür steht, hat die Macht, der entscheidet, was drin und passiert, wer reinkommt und die Polizei würde jetzt sagen, der entscheidet auch, wer mit welchen Drogen wo handelt. So. Gut, jetzt ist er da drin, feiert. So, jetzt, ja genau, jetzt hier, nee, noch ist er nicht drin, weil noch ruft hier, unser einflussreicher Hells Angel, ruft den Betriebsleiter an und sagt, das sind ganz brave Jungs und der gibt dann die Anweisung und nun muss der Türsteher die reinlassen und ich glaube, das hat dem Türsteher nicht gefallen. Ah, das heißt, er hat gar nicht den Türsteher direkt angerufen, sondern hat da irgendwie den Chef vom Kuppies angerufen. Und der Betriebsleiter hat gesagt, so, die kommen jetzt rein. Okay, das heißt, da schwillt eigentlich in dem Moment schon was. Der andere ist sauer, dass er nicht reinlassen wollte, der andere ist sauer, dass er ihn reinlassen musste. Ja, und später hat er im Prozess schon auch noch eine Rolle gespielt, dass der Angeklagte im Beisein von diesem anderen Typen war, aber auch im Beisein dieser Frau. Und es gab eine Zeugin, die hat die beschrieben vor der Tür und hat gesagt, der hat sich da wie so ein Gockel benommen. Das hat eine große Rolle im Prozess gespielt. Ja, also konnte der diese Zurückweisung gut aushalten oder war das der Grund, warum er dann am Ende zugestochen hat? Weil er diese Zurückweisung nicht aushalten konnte. Ja, dazu kommen wir später, weil das finde ich dann auch ziemlich interessant, wenn wir dann über diese Gründe, Beweggründe und bla bla reden. Weiter jetzt, aber wir sind ja jetzt immer noch in der Disco. Ja, jetzt geht der rein und bleibt nicht lange drin. Was heißt nicht lange? Naja, also ich glaube nach 30 Minuten oder so geht der wieder raus. Ja, also er ist in dieser... Warum geht der raus? Weil nichts los war oder weil er jetzt irgendwie keinen Bock mehr hat und so sauer war? Das weiß ich nicht. Das weiß ich deshalb nicht, weil Hells Angels reden nicht vor Gericht, auch nicht mit der Polizei, schon gar nicht mit Journalisten. Das heißt, der hat nichts gesagt. Okay. Das wissen wir nicht. Das ist eine reine Annahme. Dass er offensichtlich mit dieser Abweisung nicht zurechtgekommen ist oder nicht klargekommen ist oder sie nicht auf sich sitzen lassen will oder was auch immer. Wir können dem ja nicht in den Kopf schauen. Jedenfalls kommt der relativ schnell wieder raus. Und dann baut er sich drohend vor diesem Türsteher auf. Vor den beiden. Und des spätere Opfers soll er dann Hurensohn genannt haben. So wird es erzählt. Und es gibt einen Schlag. Von wem? Von dem Hells Angel. Und dann, und jetzt zitiere ich einen Zeitungskollegen, weil besser kann man es nicht beschreiben, jetzt kommen die Türsteher über ihn wie Naturgewalten. Also die schlagen auf den einen, die treten auf den einen. Der geht zu Boden und der kassiert wirklich ordentlich Träsche. Das wissen wir so genau, weil es eine Videokamera gibt. Hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, das ist ja nicht untypisch, dass man da nämlich dann jetzt gar nicht irgendwie im Dunkeln stochern muss, sondern dass man genau weiß, was passiert ist. Aber meine Zweifel bestätigen sich gerade. Weil klar, der kommt nicht rein, gibt Diskussionen, der sagt zu dem Hurensohn, gibt dem eine. Klar. Ja, aber dann wird er ja angegriffen. So ist es. Und scheinbar noch sehr, sehr viel massiver, als er das eröffnet hat. Ja. Das heißt, im ersten Impuls, den ich jetzt im Kopf habe, ist, dass der sich mit diesem Messer, was ihm vorgeworfen wird, einfach verteidigt hat. Das ist die Verteidigungsstrategie gewesen. Ist das eine Strategie oder ist das nicht vielleicht wirklich so? Weil klar, ich kann Streit anfangen, aber dann denke ich mir, oh, oh, dann gehen zwei Leute auf mich los. Ja, da kommen wir gleich noch hin, da kommen wir gleich noch hin. Da kommen wir gleich noch hin. Deshalb, das Problem ist, ich nehme es mal vorne weg, das Problem ist, in dem Moment, in dem er dieses Messer zieht und zusticht, sind sie außerhalb des Kamerabereichs raus. Genau das, die eigentliche Tat, sieht man nicht. Man sieht erst mal ... Ja, aber was spielt das für eine Rolle? Ja, weil wir nicht wissen, wie hat der sich gewehrt, lag der auf dem Boden, was genau war das? Ja, aber ist da nicht ein Zweifel für den Angeklagten? Ja. Dieses Gericht sah aber nicht so viele Zweifel. Und ich kann es ja schon mal vorne wegnehmen. Das Urteil ist gehalten worden vom Bundesgerichtshof. Es war die große Diskussion, ja, auch unter uns ... Das überrascht mich, weil ich erinnere mich an eine Sache. Wir hatten diesen Fall, wo derjenige vom Rewe seine Freundin erstochen hat. Ja. Und da hattest du mir erzählt, ja, der hatte schon früher ein paar Sachen gemacht, der hat in einem Kampf seinen Bruder erschossen. Das ist halt in dem Kampf passiert. Oder erstochen oder sonst irgendwas. Ehrlich gesagt, klingt das für mich ähnlich. Und der andere ist für das andere da irgendwie teilweise wahrscheinlich sogar bis ... Ja, ehrlich gesagt, das klingt sogar noch viel heftiger, weil ja dieser Türsteher so offensichtlich überlegen war. Und zu zweit. Es geht noch weiter, es geht noch mal, die sind zu zweit, die schlagen auf den ein. Eigentlich ist dieser Kampf schon beendet. Dann kommt ein Gast und mischt sich ein, dann haut der Türsteher dem so auf die Nase, dass ihm die Brille wegfliegt. So, dann sieht der nicht nur nichts mehr, sondern er ist auch so eingeschüchtert, dass der auch verschwindet. Und jetzt geht er ... Wo ist die Freundin eigentlich die ganze Zeit? Das weiß ich nicht. Die ist irgendwie weg. Die ist nicht auf dem Video? Nee. Okay. Also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Okay. So, und jetzt geht der Angeklagte weg. Und jetzt zerren diese zwei Türsteher kräftig an seinem Affer-Sweatshirt. Insofern war es ganz gut, weil das konnte man gut erkennen. Ja, also man konnte das gut zuordnen. Der kann sich losreißen, taumelt ein paar Meter weiter, will flüchten, schafft es nicht so richtig, zieht sich dann aber zurück. So, und jetzt sprintet dieser eine Türsteher, der da ein Opfer wird, sprintet hinterher, schlägt noch mal dem zweimal auf den Kopf. Der taumelt auf die Straßenseite. Und jetzt sehen wir es nicht mehr, weil jetzt ist er außerhalb der Videokamera. Ich will, deswegen sage ich es so ausführlich, ich hatte denselben Eindruck wie du. Und ganz ehrlich, ich habe in diesem Prozess, und das passiert mir häufiger schon gesehen, ich will es mal ein bisschen klischeehaft formulieren, dass ich als Kind mit Puppen gespielt habe. Ich bin ehrlich gesagt nicht erfahren, was so Schlägereien anbetrifft. Ich habe keine Ahnung. Aber die Jungs, also die männlichen Gerichtsreporter-Kollegen, die mit mir drin waren, die haben das sofort so gesehen, wie du es jetzt auch wahrnimmst. Ich kann das irgendwie nicht so schnell erkennen auf so einem Video, aber die haben es auch so gesehen. Was meinst du genau? Naja, die haben auch gesagt, eigentlich ist der, also hier der Angeklagte, ist der Unterlegene, eigentlich ist der dauernd im Rückzug, ist dauernd im Rückzug, und der andere haut doch so zu. Ja, eben, jetzt mal ganz im Ernst, ich hatte Angst, dass ich da, weiß ich nicht, dass ich vielleicht falsch rangehe oder so, aber ich bin schockiert, muss ich sagen. Also wenn du mir die Szene so schilderst, wie sie ja scheinbar war, weil die Sachen, die du mir erzählt hast, noch auf Kamera waren. Also so war es. Finde ich Wahnsinn, dass da nicht eine Art Notwehr in Betracht kommt. Was ist denn das? Das hat der, also der Verteidiger fand das auch. Also das finde ich, weiß ich nicht genau. Du hast den Verteidiger angesprochen, wir hören ihm mal an, wie er die Situation beschreibt. Auf dem Videofilm sind Angriffshandlungen meines Mandanten, des Angeklagten zu sehen, die dann umschwenken in Abwehrhandlungen. Fliehende Passagen aus diesem Film werden ganz deutlich machen oder haben ganz deutlich gemacht, dass die Angriffshandlungen des Angeklagten längst vorbei waren, als er dann selbst Opfer wurde. Es tut mir leid, ich war noch nie in der Position hier in dieser Sendung, dass das für mich so eindeutig ist. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich noch vom Gegenteil überzeugt werden könnte, außer, dass wenn ich das entscheiden müsste mit diesen Laienerfahrungen, die ich hier durch diesen Podcast gemacht habe, ich würde ihn sofort freisprechen. Ja, das Gericht hat ihn nicht sofort freigesprochen. Das Gericht hat gesagt, der hat ihm in den Hals gestochen. Wenn ich mich verteidige, also in einer Notwehrsituation bin, dann steche ich in den Unterarm oder sonst wohin, aber ich steche jemanden nicht in den Hals. Kann ich doch in der Situation, wenn ich von so zwei Schränken gerade verprügelt wurde, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt das technisch möglich ist, dass mein Gehirn noch so arbeiten kann. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass der überhaupt nur noch arbeiten konnte, weil ich habe das Gefühl, wenn der das nicht gemacht hätte, wäre er vielleicht ruckgeschlagen worden. Der ist ja nochmal hinterher gerannt. Das heißt ja nicht, die haben ihn ja nicht in Ruhe gelassen. Ich meine, als Türsteher, ich habe Verständnis für jeden Türsteher, das ist auch echt bestimmt ein anstrengender Job, weil dann hast du Besoffene, die dann vom Dorf kommen, dann denken die, die wären die Größten. Dann musst du irgendwie sagen, nee, geh raus, geh raus. Dann fangen die an, dich anzugreifen, weil die besoffen sind und sich mehr trauen. Ich kann sogar jeden Türsteher verstehen, der dann irgendwann, wenn er angegriffen wird, auch zurück angreift. Aber dann nur bis zu einem gewissen Grad, dass die Situation, die er zu verantworten hat, vorbei ist. Aber dann nochmal hinterher zu rennen, klingt für mich danach, als das, was du gesagt hast, dass da sowieso irgendwie ein Streit entstanden ist. Und wenn er vielleicht das Messer nicht gezückt hätte, er derjenige gewesen ist, der tot ist. Das ist so weit weg, ist das nicht. So viel, wie du mir das erzählt hast, so auf den Eingeschlangern, erst so zweite Rentennummer hinterher, gegen den Kopf. Also bei aller Liebe, wenn ich jetzt im Gefängnis dafür sitzen würde, wäre ich schockiert. Und ich wäre sauer, weil ich denken würde, klar habe ich einen Streit provoziert. Aber wir können uns jetzt auch nicht über jeden Streit, der an der Diskotür entsteht, empören, weil der geht safe niemals immer so aus. Da gibt es auf jeden Fall Türsteher, die das besser regeln. Denn wenn jemand morgens um 5.20 Uhr da hinkommt, nicht reinkommt, klar ist der sauer. Und wenn er die Möglichkeit hat, jemanden anzurufen, der ihn dann da reinbringt, all das, was der gemacht hat, außer vielleicht dann das, was er draußen gemacht hat, würde ich auch so machen. Und dann, klar, der Fehler von ihm war wahrscheinlich, okay, ich gehe raus und provoziere den nochmal und sage, ey, du Hurensohn, und gib ihm eine Sohn. Das war natürlich der Fehler, aber man kann durch diesen Fehler nicht rechtfertigen, finde ich, dass der jetzt quasi im Gefängnis sitzt, muss ich sagen, weiß ich nicht. Finde ich krass, muss ich sagen. Aber mich beruhigt es ein bisschen, dass du sagst, dass auch andere Gerichtsreporter das ähnlich gesehen haben. Das bringt mich zwangsweise zu der Frage. Das Gericht hat gesagt, er hatte genügend Zeit, um abzuhauen, um zu verschwinden, um raus aus dieser Situation zu gehen. Das hat er nicht gemacht. Naja, er war schon im Rückzug dann. Also er war schon im Rückzug, er hätte einfach weitergehen können. Aber wenn der Typ dem hinterher rennt? Ja, die Frage ist, muss ich dann zustechen, ist das dann wirklich noch Notwehr? Sag mir, was ich sonst machen soll. Das Gericht ist davon ausgegangen, dass er dem Türsteher einen Denkzettel verpassen wollte. Und das ist für ihn, und da spielt es schon eine Rolle, dass es ein Hells Angel war und dass er auch erkennbar einer war, dass der als Sieger den Platz verlassen wollte. Ein Hells Angel, so hieß es im Urteil, verlässt einen Kampf nicht und schon gar nicht als Verlierer. Der Verteidiger, das habe ich mir damals notiert und aufgehoben, der hat die Hände vor das Gesicht gehalten. Ja, als dieses Urteil so begründet worden ist. Ehrlich gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass hier Kameras stehen, würde ich das auch machen. Ich muss sagen, du sagst die ganze Zeit klar, das ist eine Bedeutung, dass er Hells Angels ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein Nachteil für den war, dass er einer war. Weil die ihm nur deswegen das unterstellen können. Wenn das jetzt eine ganz andere Situation gewesen wäre. Deswegen habe ich am Anfang gefragt, warum spielt das eine Rolle? Scheinbar spielt es ja hier sogar eine negative Rolle für den Angeklagten, weil ihm dadurch unterstellt wird, dass er nur, weil er Hells Angels ist, eben nicht aufhört, aus diesem Kampf abzuziehen. Ja, aber das ist doch gar nicht so weit hergeholt. Nein, aber dieses Gericht begründet dieses Urteil damit, dass er Hells Angels ist, weil die das in ihrer Denkweise so machen. Das heißt, die gehen davon aus, ein Hells Angels geht niemals vom Kampf weg, auch wenn er sieht, dass er unterlegen ist. Ja. Davon gehen die aus. Das heißt, die gehen davon aus, dass es noch nie passiert. Leute, also das tut mir sehr, sehr leid. Das klingt für mich und ich kann es jetzt in dem Bereich nicht nachvollziehen, aber zumindest kann ich es in dem Bereich nachvollziehen, dass ich als Fußballfan teilweise sehr, sehr, sehr weltfremde Dinge von Leuten höre, die Dinge dort entscheiden und oder untersuchen. Und klar kann das so sein, dass das ein Kodex bei denen ist. Aber zu sagen, deswegen gibt es keine Notwehr, weil du bist ein Hells Angels und die machen das so, deswegen kommst du zurück. Naja, die sind ja schon noch ein bisschen weitergegangen. Die haben ja nicht nur gesagt, nur weil du ein Hells Angels bist, gibt es bei dir keine Notwehr. Nee, das haben sie nicht gesagt. Sie haben, ich habe es ja schon mal gesagt, sie haben gesagt, aus Notwehr sticht man keinem in den Hals, sondern da sticht man in den Unterarm, aber niemals in die Nähe vom Kopf oder in die Brust oder so. Und schon gar nicht mit so einer Wucht, dass die Schlagader durchtrennt wird. Das war die Begründung. Ja, aber vor Gericht wird ja auch mal von Steuerungsfähigkeit geredet. So, wie können die denn dem unterstellen, dass der komplett steuerungsfähig war, nachdem der wahrscheinlich fünf, sechs, sieben, acht Mal Schläge gegen den Kopf bekommen hat und kurz davon ausgehen muss, dass er stirbt. Da liege ich doch nicht auf dem Boden und denke, aber bevor der mich jetzt nochmal in den Kopf tritt, wo steche ich da jetzt hin? Und da, alles klar. Also, ich weiß gar nicht genau. Das ist ja echt neu für mich, das Gefühl hier, dass ich denke, was ist denn das? Also, wir können es uns ja einfach machen. Wir können ja den Vorsitzenden Richter, der dieses Urteil gesprochen hat, fragen, wenn wir das wollen. Es ist ein sehr Joke, oder? Machen wir, wir hören uns jetzt noch alle Aussagen an, weil ich würde gerne nochmal den Verteidiger hören, weil der hat ähnliche Empfindungen dazu, wie das mit den Hells Angels ist und ob das zum Nachteil führen war. Der Prozess hat leider mit den Hells Angels was zu tun. Wenn mein Mandant nicht Mitglied der Hells Angels wäre, wäre er schon längst frei. Das ist überhaupt keine Frage. Aber er ist halt Mitglied einer sogenannten Rockergruppe, was nicht richtig ist, sondern einer Motorradgruppe. Aber das muss man halt hinnehmen dann. Wenn man ein Patch trägt, muss man das hinnehmen. Ja, das hat er vor dem Prozess gesagt. Ich habe ihm da die Frage gestellt, spielt es eine Rolle hier in diesem Fall? Ich habe diese Frage auch dem Staatsanwalt gestellt. Der Staatsanwalt, das habe ich jetzt nicht dabei. Aber der Staatsanwalt hat klar gesagt, nein, es spielt keine Rolle. Es ist ein Fall wie jeder andere. Was ja offensichtlich dann gelogen war. Wenn das Urteil diese Begründung beinhaltet. Ja. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Leute jetzt denken, ich wäre ein Hells Angels. Weil ich irgendwie so, aber ich... Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, wende ich alles an, was du mir hier beigebracht hast. Ich gehe unvorragend genommen rein. Ich betrachte rein, was dort passiert ist und muss mir dann anhören, dass nämlich komplett weichere Faktoren bei diesen Urteilen eine Rolle spielen. Das schockiert mich, muss ich sagen. Finde ich schon. Ich finde eigentlich, dass man die Situation bewerten muss. Da kommt einer hin, der kommt nicht rein. Der ist sauer. Blablabla. Der wird fast tot geschlagen. Naja, aber gehört das nicht zu jedem Fall dazu? Das machen wir doch immer. Wir gucken, wie kommt es zu dem, wozu es gekommen ist. Und was für einen Hintergrund bringen die Leute mit? Klar, aber ich finde die Schlussfolgerungen daraus. Natürlich müssen die Untersuchungen. Natürlich muss man auch wissen, dass es wahrscheinlich, wie du es gesagt hast, genau dieses Ding war. Der eine war sauer, dass er ihn reinlassen musste, weil er dann eine Order von seinem Chef bekommen hat. Der andere war sauer, dass er vor seiner Freundin bloßgestellt wurde, weil er nicht reingekommen ist. Dass er dann wieder rein hat, wahrscheinlich keinen Spaß daran gehabt, weil er immer noch sauer war und gesagt hat, blablabla. Trotzdem, ich sage es dir, Heike, das wird dich vielleicht zu Kino und alle da draußen auch. Solche Situationen entstehen in jeder Diskothek in Frankfurt wahrscheinlich an jedem Wochenende, wenn man hin darf, mehrfach. Ohne dass da ein Hells Angels Problem dabei ist. Das will ich euch, glaube ich, nur sagen. Ich glaube, natürlich hat das einen dramatischen Ausgang hier gehabt. Aber den dramatischen Ausgang hat es meiner Meinung nach nur, weil die Türsteher sich safe nicht unter Kontrolle haben. Das steht safe nicht in dem Manual, was Türsteher bekommen, zu sagen, schlag den ruhig so lange, wie du willst. Und natürlich auch, weil der sich mehr als jemand anders vielleicht in seiner Ehre verletzt fühlt. Aber das jetzt darauf zurückzuführen, dass der Mitglied eine Motorradgruppe ist, die ja sowieso schon auch Prozesse an anderen Stellen führen muss, ob die überhaupt existieren dürfen, blablabla. Ich muss sagen, ich bin nicht überzeugt und ich habe nicht mal einen Funken in mir, der so wie sonst differenziert ist. Also es ist nicht so, dass ich denke, ja, ich kann da den Staatsanwalt auch verstehen. Nee, ich finde es ehrlich gesagt, hört sich das für mich anders an, als wenn Leute über Sachen entscheiden, von denen sie keine Ahnung haben. Die denken sich das halt. Die denken, ja, ja, bei der Rocker ist es so, bei den Fußballfans ist es so. Wie wir einmal auch da waren, als der Staatsanwalt über Fußballfans gesprochen hat und der gesagt hat, ja, die Altrafans hätten das genauso machen können. Nee, Digga, hätten die nicht, weil das eine ganz andere Situation war. Und ehrlich gesagt hört sich das für mich da auch so an. Vielleicht bin ich da auch voreingenommen, weil ich als Fußballfan solche Sachen schon erlebt habe. Ich will mich da jetzt auch ein bisschen rausnehmen. Und du hast schon gesagt, wir rufen mal jemanden an. Stellen wir doch die Frage mal. Basti Redd und Heike Borufka, hallo. Hallo. Gude. Wir sind bei einem Fall, der Ihnen vermutlich noch ziemlich bekannt ist, nämlich der Fall eines Hells Angel, der 2006 einen Türsteher erstochen hat, weil er nicht reinkommt. Wir haben uns eine Weile schon darüber unterhalten und Basti Redd ist ein bisschen aufgeregt oder ich weiß nicht, wie man das nennen will, weil ich gesagt habe, es hat in diesem Fall eine große Rolle gespielt, dass der Angeklagte ein Hells Angel war und sie im Urteil zum Beispiel gesagt haben, ein Hells Angel verlässt keinen Kampf und schon gar nicht als Verlierer und das habe mit der Tat was zu tun. Und jetzt gebe ich mal das Fragerecht weiter, Sie stöhnen schon. Ja. Ja, weil ich muss sagen, ich bin nicht überzeugt, muss ich sagen, dass das eine Rolle gespielt haben kann, weil für mich die Situation auch nicht in Betracht zieht, dass da zwei richtige Schränke hinter dem hergerannt sind, unabhängig davon, dass er die vielleicht provoziert hat. Aber dass die Situation, die zum Tod geführt hat, also aus meinem Empfinden getrennt betrachtet wird von dem, was vorher passiert ist, hat mich einigermaßen schockiert, muss ich sagen. Wenn ich mich in den Angeklagten reinversetze, traue ich mir eine ähnliche Reaktion zu. Haben wir nicht getrennt gemacht. Also es gab, wenn ich es richtig erinnere, hat mir den ja zunächst mal nicht reingelassen und dann hat er über verschiedene Telefonate erreicht, dass er doch reingelassen wurde. Dann war die Situation ja eigentlich zu Ende. Als er raus ist, hat er dann den einen Türsteher blöd angemacht. Ja. Und daraufhin hat sich eine Auseinandersetzung entwickelt, bei der er eine auf die Schnauze bekommen hat. Ordentlich. Die anderen auch ein bisschen, er auch ordentlich, ja, kann man so sagen. Und für mich der entscheidende Punkt, die rennen dem auch noch hinterher. Jetzt Moment, 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 Moment. Daraufhin passierte zunächst einmal nur, dass er die Straßenseite gewechselt hat und auf der anderen Seite sich dann wieder gesammelt hat, sage ich jetzt mal. So. Aber statt jetzt einfach nach Hause zu gehen und zu sagen, okay, das war's, hat er angefangen von der anderen Seite. Zu pöbeln und die zu provozieren. Und das hat überhaupt die beiden, also den Getöteten und den anderen Begleiter, den zweiten Türsteher, überhaupt veranlasst, da nochmal ihm hinterherzulaufen. Also das war eine reine, und deswegen haben wir gesagt, das ist eben klassisch gewesen für die Ideologie der Hells Angels. Da, wenn man mal so ein bisschen unterlegen ist oder sowas, das lässt mir sich nicht gefallen, sondern da guckt man, dass man das doch noch irgendwie zu seinen Gunsten drehen kann. Ein anderer wäre wahrscheinlich ganz normal nach Hause gegangen und es wäre nichts passiert und er wird heute noch leben. Ehrlich gesagt, habe ich, Heike, das vorhin schon gesagt, das bezweifle ich. Weil für mich ist das eine Situation, die findet in Diskotheken öfters statt. Ja, natürlich. Und meine Frage ist, ab wann weiß man denn nicht mehr genau, was passiert ist, ab wann setzen denn die Kameras aus? Weil das, was Sie hier gerade beschrieben haben, woher weiß man das? Ist das auch noch auf der Kamera drauf oder was? Jein. Also die eigentliche Auseinandersetzung trübe nicht, was man, das haben wir natürlich auch über Zeugenaussagen gehört, was man der Kamera, also die Kamera, die geht hauptsächlich da eben im Innenraum und vor der Tür auf dem Gehsteig. Da hat man einen Großteil, wenn ich es richtig erinnere, der ersten Auseinandersetzung, die konnten wir sehen, weil rechts und links von der Tür, die sich stattgefunden hat und das noch abgedeckt ist. Und dann irgendwo so in der Mitte der Straße hört die Kamera auf. Was man eben gesehen hat, ist, dass als er dann aus dem Kamerabereich raus war, die anderen da zunächst eben dann rübergeguckt hatten, dann relativ langsam da rübergegangen sind und auch, soweit ich weiß, noch mal sogar im Kamerabereich irgendwo stehen geblieben sind. Und der zweite Türsteher hat wohl den Getöteten dann auch noch versucht irgendwie festzuhalten. Oder ein anderer, der das irgendwie mitgekriegt hat, hat den, glaube ich, versucht noch festzuhalten. Und dass der dann dem hinterher ist, das lag daran, und das haben wir über die Zeugenaussagen, über mehrere Zeugenaussagen gekriegt, dass eben da ständig von Seiten des Angeklagten provoziert worden ist. Und er eben so nach dem Motto kommt er her und es ist noch nicht zu Ende und sowas. Und das ist natürlich, ja, also da sind wir von Notwehr ganz, 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 ganz weit weg. Eine Frage habe ich aber trotzdem noch, wegen dieser Notwehr, hat Heike mir gesagt, wurde auch ausgeschlossen, weil er eben in den Hals statt in den Unterarm gestochen hat zum Beispiel. Ja, das auch. Also ich meine, also die Notwehr wurde natürlich, also zum einen hätte Herr Messereinsatz androhen müssen, weil da wäre genug Zeit gewesen, als er da noch drüben stand. Und zum anderen war, das war aber nicht die Notwehrausschließ, was wir da gemacht haben, sondern die Frage war das, ob das eben ein Tötungsdelikt ist oder nicht. Und da haben wir halt gesagt, jemand, der anderen in die Schulter stechen will und den Hals trifft, das kann zwar grundsätzlich passieren, aber so wie die Lage war, hat er letzten Endes damit rechnen müssen. Und die Angaben, er wollte ihm in die Schulter stechen, um ihn kampfunfähig zu machen, war insofern ein bisschen problematisch, weil er wusste aufgrund der vorherigen Auseinandersetzungen, dass das ein Rechtshänder ist und hat ihm aber in die linke Schulter gestochen. Das macht man ja auch nicht so unbedingt. Wenn man einen ausschalten will, dann nimmt man ja normalerweise den A, mit dem der zuschlagen kann. Und das zusammengenommen hat uns das dann nicht überzeugt, dass er da, und wir haben gesagt, also wenn er es nicht vorhatte, was letzten Endes im Endeffekt nicht hundertprozentig klar war, war es jedenfalls so, dass er es billig in den Kauf genommen hat, wenn er da einfach in diesen Bereich sticht, wo der Hals halt auch nicht weit weg ist, dass er den halt auch treffen kann. Und der hat heftig zugestochen. Also da war nicht nur irgendeine Stichwunde, im Hals, sondern der hat da bis auf die Wirbelsäule durchgestochen und hat dann auch alles Mögliche kaputt geschnitten. Also das war, wie uns der Rechtsmediziner damals gesagt hat, war schon ein kräftigster Stich. Also nicht nur mal eben so zur Abwehr mal so eben einem in die Schulter gepikst, sondern richtig heftig da zugelangt. Und dann, ich habe noch eine Frage zu dem Zustand von dem Angeklagten, dann spielt es aber trotzdem eine Rolle, dass der natürlich auch in einem Ausnahmezustand ist, wenn er gerade von zwei Leuten in die Schnauze bekommen hat und trotzdem auch Schiss haben muss. Ich meine, der muss ja theoretisch auch davon ausgehen, dass es möglich ist, dass die den Tod schlagen. Ja, also wir haben ihm natürlich zugute gehalten. Zum einen, dass er aufgrund der vorherigen Auseinandersetzung natürlich hochgradig erregt war. Und wir haben ihm auch zugute gehalten, dass er alkoholbedingt ein bisschen enthemmt war. Wobei das, was er getrunken hatte, das entsprach also dem normalen, mit dem er so üblicherweise unterwegs war, mit irgendwelchen, ich weiß gar nicht, Appelkorn oder irgendwas, was er immer getrunken hatte. Aber das war jetzt auch nichts, was also richtig einschlägig gewesen wäre, um da an irgendwelche verminderte Schuldfähigkeit oder sowas zu denken. Aber dass er erregt war, das haben wir natürlich mit berücksichtigt. Ich meine, wir haben einen Strafrahmen, der bis 15 Jahre geht und wir haben 9,5, glaube ich, haben wir gegeben. Also von daher ist das schon auch mit berücksichtigt worden. Gut. Sehr interessanter Fall auf jeden Fall. Ich glaube, so kann ich das diplomatisch zwischen uns allen zusammenfassen. Okay. Ich habe nichts mehr, du? Nö, danke. Alles klar, vielen Dank. Danke. Ja, dann viel Spaß auch. Tschüss. Ciao. Er hat mich jetzt zumindest in den Zustand gebracht, wo ich länger darüber nachdenken will, habe ich aber hier die Zeit nicht. Endgültig überzeugt hat mich es immer noch nicht. Weil er sagt nämlich genau das, als ich ihn gefragt habe, hat man das gesehen, sagt er, nee, da müssen Zeugen aussagen. Welche wird der Zeuge sein? Das wird der zweite Türsteher sein. Und ansonsten hast du gesagt, waren da auch nicht mehr viele andere Leute, weil der andere, der in die Schnauze hat auch eine Schnauze bekommen, der ist auch abgehauen. Also mich überzeugt es nicht in dem Sinne, dass wir sagen, im Zweifel für den Angeklagten. Das ist halt so dieses Ding. Ich finde, das, was er gesagt hat, ist für mich, für mein subjektives Empfinden, nicht eindeutig aufzuklären. Auch warum? Weil der andere muss ja zurückgehalten werden. Das heißt, er hat auch einen Impuls, nochmal dahin zu rennen. Das könnt ihr auch für diese, ich renne mir jetzt nochmal hinterher-Taktik sprechen, weil vielleicht ist der andere, konnte der auch nur nicht abhauen, ist noch auf der anderen Straßenseite, weil der halt fertig ist. Der weiß, was die mit ihm gemacht haben. Aber ich will auch dazu sagen, ich kann es jetzt hier auch nicht beurteilen. Das heißt, ich kann es auch nicht in meine Richtung, die ich gerade gefühlt empfinde, drücken. Das heißt, wir müssen das einfach so akzeptieren, wie es da passiert ist. Ich wollte Herrn Rescher eigentlich jetzt noch eine Frage stellen, ob Türsteher nicht eine mehr Verantwortung haben als zum Beispiel jemand, der in die Disco geht. Dann ist mir aber eingefallen, dass wir das bei der Ordnerfolge schon aufgeklärt haben, dass es eben nicht so ist, sondern dass es nur bei der Polizei ist. Das Ordnungsdienst oder Türsteher, die ganz normal so behandelt werden wie wir. Krass, die Sendung lässt uns die Fragen schon selbst beantworten, die uns so stellen. Du warst dort dann bei dem Prozess. Ja, ich war dort. Wir haben das Urteil jetzt schon gehört. Wir haben heute so ein bisschen die Chronologie verletzt, weil es halt sehr, sehr viel passiert ist. Wollen wir aber mal zu dem Tag kommen, an dem du dann in diesen Gerichtssaal gegangen bist und du uns deine Eindrücke von dieser ganzen Sache schütteln? Wenn ich nachher noch bitte ein bisschen erzählen dürfte, was danach passiert ist. Das fand ich nämlich ziemlich spannend. Wie der geflüchtet ist und so weiter und so fort. Stimmt, siehst du? Ja, nee, dann lass uns das jetzt mal. Hast du recht. Vielen Dank, dass du mich ins Team Chronologie zurückholst. Weil, klar, das ist jetzt passiert. Wir lernen auch noch dazu. Wie, das ist jetzt passiert? Aber dann ist er abgehauen. Ja. Und dann war er vier Monate verschwunden. Ja, also der Türsteher war schwer verletzt. Der ist nicht gleich tot gewesen. Ehrlich gesagt, was mir total aus diesem Video in Erinnerung geblieben ist, das hat mich so nachhaltig erschreckt, ist dieser um sein Leben ringende Türsteher, der blutet. Der läuft in den Eingangsbereich des Cookies zurück. Also dieser Diskothek. Und dort ist hinter diesem Tresen ein Mitarbeiter. Und der Mann ringt sichtbar um sein Leben. Der bricht da zusammen und so. Und der Mitarbeiter hinter diesem Tresen wischt das Blut weg vom Tresen. Das hat mich so nachhaltig erschreckt. Diese Rohheit, die in diesem Bild auch steckt, da stirbt einer gerade und der ist damit beschäftigt, lieber mal das Blut vom Tresen wegzuwischen. Also ich fand es sehr roh, sehr abgebrüht. Oder bin ich da zu sensibel? Du guckst so. Ich versuche mich gerade da hinein zu versetzen. Also die Information ist jetzt neu für mich. Ich kann mir vielleicht so erklären, dass er das nicht zum ersten Mal sieht und die Verletzung, die der Typ hat, vielleicht unterschätzt hat. Okay, wir wollen es eben so gut halten. Also ich fand das so beeindruckend, dass ich es heute noch weiß nach so vielen Jahren. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es nicht gesehen habe alles. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht. Also ich finde es eine ganz, ganz schwierige Kiste. Ja, also der Türsteher kommt schwer verletzt ins Krankenhaus, stirbt dann wenige Tage später und der Angeklagte flüchtet. Und dann ist diese, das hat man dann alles erst später dann erfahren, und dann ist diese ganze Hells Angels Maschinerie in Gang getreten. Also und da sieht man auch, ich fand das ziemlich spannend. In seiner Zeit hatte ich noch nicht so sehr viel Ahnung von Rockergruppen später oder Motorradclubs oder Vereine, wie der Verteidiger das genannt hat. Später hatte ich dann sehr viel mit denen zu tun und habe sehr viel mehr erfahren. Da war ich noch ein bisschen naiv. Jedenfalls habe ich gelernt, wie das funktioniert und wie da so Werte, wie wir halten zusammen und wir sind Brüder und so, echt gut funktionieren. Also der flüchtet, der telefoniert, der ruft um Hilfe, nämlich bei seinen Hells Angels Kumpels, haut erst mal nach Holland ab. Das hat, glaube ich, aber den Grund, dass sein Vater ein Niederländer war. Und die Polizei geht sofort her und durchsucht sämtliche Häuser der Hells Angels, beobachtet die Autos und findet ihn aber nicht. Aber was sie findet, ist auf dem Hof der Hells Angels, also in ihrem Angels Place, dem Clubhaus, das es heute so nicht mehr gibt, einer sehr, sehr schönen Gründerzeitvilla übrigens im Frankfurter Westend. In diesem Hof findet die ein Auto. Und das Auto steht bereit für hier unseren dann späteren Angeklagten. Und das gehört auch einem sehr angesehenen Mitglied der Hells Angels. Auf der Rückbank ist eine Tasche mit Klamotten. Da ist ein neues Handy drin und da ist ein Brief von deinem Bruder XYZ, den Namen nenne ich jetzt nicht, mit Anweisungen für deine Reise. So steht das. Da steht eben drin, er soll, ich meine, nach Spanien gehen oder so. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls weg, soll dort Kontakt zu einer Vertrauensperson aufnehmen, soll dort mehrere Fotos machen. Die Polizei vermutet für neue Ausweispapiere. Und da sind die Handynummer zweier Anwälte, nämlich der Stammanwälte der Hells Angels. Und ihm wird gesagt, er soll sich melden, wenn er angekommen ist. Er soll die neuen Fotos irgendeiner Fahrerin mitgeben. Er soll sich optisch verändern, die langen Haare abschneiden, Schnurrbart wachsen lassen und bitte die Kutte im Koffer lassen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Also wie das sofort organisiert wird. Aber es scheint ja nicht funktionierend zu haben, sonst hätten die den Wagen ja nicht gefunden. Sie haben den Wagen gefunden, aber er war erst mal weg. Der war drei Monate lang weg, scheint da nicht hingegangen zu sein. Aber es stand alles schon mal bereit. Und es war ein Zettel drin mit deinen Hühnern hat, und dann kommt wieder ein Name gesprochen, der kümmert sich um den Fluss Affa. Und Affa, Angels forever, forever Angels. Wir sind immer für dich da, steht da. Und diese Hühnerfrage hat später dann im Prozess eine große Rolle gespielt. Da hat nämlich hier Vorsitzender Richter Drescher, den wir eben gehört haben, einen sehr einflussreichen Hells Angel gefragt, was es denn mit den Hühnern auf sich habe. Und er sagt, nee, also mit Landwirtschaft hätte er nichts zu tun, hat er ihm dann gesagt. Und die Hühner, da waren wohl Prostituierte mit gemeint, um die sich dann halt ein anderer kümmert. Ja, aber das, die hatten das, aber das heißt, man weiß gar nicht, was er gemacht hat. Weil das, was du jetzt gesagt hast, das hat er ja gar nicht alles nicht gemacht, weil sonst wäre es ja nicht mehr da. Er ist nach Holland und er ist abgehauen und er hat dann aber tatsächlich Kontakt zu einem dieser Anwälte aufgenommen. Und der hat ihm dann geraten, sich zu stellen. Ja, und das hat er auch getan. Also das hat er gemacht, weil der Anwalt ihm das gesagt hat oder weil es ihm in Holland zu langweilig wurde? Ich glaube, weil ihm der Anwalt das gesagt hat. Wahrscheinlich ist es ein bisschen eng geworden. Und das ist aber schon auch so, dass in dieser Hells Angels Ideologie so einer wie der dann auch aufsteigt. Also der war mal ursprünglich das jüngste Fullmember-Mitglied. Das dauert ja, bis man da hinkommt. Das muss man sich ja verdienen. Und ist am Ende dann, der Club hat sich um ihn gekümmert. Also wenn jemand mit ins Gefängnis gerät, dann wird sofort ein Mensch aus den Reihen der Hells Angels für den ausgeguckt, der sich um den zu kümmern hat. Und um die Familie wird sich auch gekümmert. Und auch im Knast sieht es eigentlich ganz gut aus, wenn ich Hells Angel bin. Es sei denn, ich habe was mit Kindern gemacht. Das mag ja niemand. Wird das anders bewertet, wie als wenn eine richtige Familie das macht? Was? Wenn ich jetzt meiner Schwester zum Beispiel auf ähnliche Weise helfen würde, könnte ich ja sagen, das ist meine Schwester, die dürfen mir nicht böse sein. Na, du hast am Ende den großen Vorteil, dass du als Bruder nicht aussagen musst. Also wer verwandt oder verschwägert mit jemandem ist, Ja, das ist ja dann blutsverwandt. Im Endeffekt glaube ich schon, dass die sich genauso fühlen. Ich glaube, die haben ähnliche Gefühle wie ich meiner Schwester gegenüber. Die fühlen sich so, aber wenn es dann zum Strafverfahren kommt, müssen die aussagen und du musst nicht aussagen. Du musst gar nichts sagen. Darauf wollte ich hinaus. Weil man dich nicht in Schwierigkeiten bringen will. Warum will man sie in Schwierigkeiten bringen? Weil die jetzt halt nicht blutsverwandt. Naja, also wenn ich hergehe und sage, Gegen meinen besten Freund zum Beispiel müsste ich auch aussagen. Ja. Obwohl ich vielleicht ein besseres Verhältnis zu dem habe als zu meiner Schwester. Ja. Was nicht so ist, Pauli, alles gut. Ich wollte das jetzt nur vergleichen. Das heißt, es ist bestimmt der Staat einfach. Ich verstehe, was du meinst. Es geht mir ja nicht ähnlich. Ich habe zu meinen Freunden auch tendenziell ein besseres Verhältnis. Das meine ich. Manchmal jedenfalls. Aber da muss man sagen, wo will man denn da die Grenze ziehen? Und wer will das dann noch prüfen? Dann kann ich es immer behaupten. Und die Ermittlungsbehörden und später auch Gerichte, die sind ja schon darauf angewiesen, dass Zeugen aussagen. Ja, ja, ich weiß. Aber ich finde, da macht man es sich ein bisschen leicht. Weil einerseits sagt man, weil ihr die und die Regeln habt, können wir das und das ableiten. Aber dass ihr die und die Regeln habt, akzeptieren wir nicht, weil wir will das nachweisen. Weil eigentlich müssten die ja von diesem Brudertum ja dann genauso wissen wie von dem, der geht nicht vom Kampf weg. Ich meine, diese Regel, der geht nicht vom Kampf weg, akzeptieren sie ja scheinbar und tun das in die Urteile mit rein. Aber dass die sich wie eine Familie fühlen, dann nicht. Weil es quasi dann zum Nachteil des Staates wäre. Also, verstehst du, was ich meine? Das heißt, für mich ist eigentlich so, dann macht entweder alles oder gar nichts. Also, wenn du wirklich dich darauf einlässt, zu denken, ich weiß, wie es bei euch läuft, deswegen verurteile ich dich so und so und so, dann müsstest du es vielleicht in dem Bereich auch machen. Aber was hätte das für eine Rolle jetzt gespielt? Das hätte in dem Fall keine Rolle gespielt. Ich habe ja nur gefragt, wie das ist, weil du gesagt hast, die haben ihm geholfen und das ist ja dann eigentlich auch strafbar. Und die müssen dann aussagen und so weiter und so weiter. Ja, es war auch in dem Fall so, einer hat halt nicht ausgesagt und der ist dann irgendwie in Beugehaft genommen worden und sonst irgendwas, ja. Und der hat aber nicht geredet. Den hat dieses Gericht nicht zum Reden gebracht, weil Hells Angels redeten, muss man fast sagen. Nicht mit Ermittlungsbehörden, nicht mit der Justiz und auch nicht mit Journalisten. Das hat sich später dann so ein klein bisschen geändert. Ich war sogar mal auf dem Pressetermin in einem Laden der Hells Angels und war sehr verwundert, ja, dass die plötzlich nur mit einem sprachen. Ich habe weiterhin ein Problem damit, immer dieses, ja, Hells Angels machen das nicht. Kann man das, warum behandelt man, nein, ich glaube aber auch wirklich, dass es daran liegt, weil ich das aus anderen Bereichen kenne. Dass das eine Rolle spielt, weil damit macht man es sich einfach. Damit denkt man, denkt, 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 wir wissen, wie es da abläuft, deswegen bewerten wir das so und so. Der macht das nicht, der macht das nicht. Weil genau das Gleiche wird tatsächlich auch mit anderen Personengruppen gemacht. Ich verstehe nicht, warum das nicht völlig egal ist und dass, wenn die eine Straftat begehen, sollen die verhaftet werden und wenn nicht, dann nicht. Aber da haben wir doch dasselbe Problem. An welcher Stelle ziehen wir denn da die Grenze? Also wir stellen uns doch die Frage immer, wo kommt jemand her? Warum macht er das, was er macht? Was hat vielleicht irgendein Vorleben, irgendwelche Erfahrungen, keine Ahnung, Kindheit, sonst irgendwas? Was hat das eigentlich mit der Tat zu tun? Die Frage stellen wir uns doch immer. Und warum sollen wir sie denn jetzt hier weglassen? Letztlich steckt doch auch nur diese Frage dahinter. Weiß ich nicht, muss ich sagen. Weil das hier bei den anderen, wenn du es so beschrieben hast, war das immer so, dass man das zu einem Vorteil von einem Angeklagten machen wollte. Hier habe ich das Gefühl, das ist eher ein Nachteil. So von wegen, ja. Naja, kann man nicht sagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns einen Angeklagten angucken und sagen, der ist dann geflüchtet, der hatte eine schwere Kindheit, der hat vielleicht in seiner Kindheit das erlebt, das könnte man als Erklärung ranführen. Hier habe ich das Gefühl, kriegt der teilweise überhaupt erst eine Strafe, weil ihm gesagt wird, so wie du da, weiß ich nicht, da dich sozialisiert hast, lässt du keinen Kampf aus sein. Deswegen muss das so gewesen sein. Ich finde das hochproblematisch, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, ich oft das Gefühl habe, dass dann Leute darüber reden, die davon keine Ahnung haben. Und ich finde, da muss man es rauslassen. Natürlich will ich nicht, dass die Straffeile rausgehen. Wenn du was machst, musst du dafür bestraft werden. Aber nicht, weil irgendjemand denkt, ja, das bei denen ist das dann schon so. Wenn du das in anderen Bereichen machst, finde ich... Naja, wir machen das nicht nur zum Positiven. Denk mal an den Fall, über den du dich immer so aufregst. Dieser Vergewaltiger, der sein Päckchen nicht losgeworden ist. Und dieses krasse Missverhältnis, da ist es ja nicht zum Vorteil gewesen. Sondern da haben wir ja gesagt, der greift ständig Frauen an, der erniedrigt Frauen ständig. Da reicht ein blödes Päckchen, dass er nicht los wird, dass er meint, er müsste jetzt nur eine Frau vergewaltigen. Das vergleichst du. Kann man das nicht vergleichen? Finde ich nicht. Weil da war es völlig egal, wo der herkommt und was der macht. Aber da haben wir doch auch die Vorgeschichte, das will ich eigentlich nur sagen, da haben wir doch auch die Vorgeschichte betrachtet. Vielleicht kann ich dir einfach nicht folgen. Ja, wir haben die Vorgeschichte betrachtet, um uns zu erklären, warum er das gemacht hat. Aber das tun wir doch hier auch. Nein, hier verstehen wir es nicht. Hier unterstellen wir vornherein schon Sachen. Ich finde, das ist ein komplett anderer Ansatz. Okay. Keine Ahnung, ich bin sehr verwirrt. Nee, nee, kann schon sein. Nee, das ist so, ich bin mit ganz anderen Erwartungen hier drangegangen. Ich habe gedacht, die Nummer ist eindeutig. Ich meine, man muss mal dazu sagen, die Vorbereitung ist immer so, ich soll hier auch natürlich ein bisschen spontan reagieren. Das führt auch immer zu meinen Reaktionen. Und ich hatte nur denselben Text wie ihr am Anfang. Das heißt, ich habe ja nicht viel mehr Informationen, außer das, wenn ich es dann zufällig so mitbekommen habe. Und ich hatte ja genau dann das. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, weil meine Zweifel, die ich Anfang am Tatablauf hatte, die waren nicht mehr konkret genug. Die haben sich jetzt hier im Laufe dieser Sendung erst gebildet. Das heißt, Verzeihung auch da draußen, wenn das ein bisschen konfus ist von meiner Erklärung her, weil ich jetzt viele Dinge, die ich hier in meinem Zettel hatte, anders, ihr seht es auch. Ich habe an meinem Zettel nichts weggestrichen, weil der Zettel heute komplett irrelevant ist eigentlich. Ich kann ihn hier wegtun, weil sich das für mich komplett anders entwickelt hat, weil ich auch gerne noch mehr über das Endlich erfahren hätte zum Beispiel. Das, was du gesagt hast. Weil da gibt es ja auch Verbotsverfahren zum Beispiel. Wo ich auch, mein erster Impuls ist ja, wieso verbieten die das und wieso bestrafen die nicht die einzelnen Straftaten zum Beispiel. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das fast eine Sache für eine eigene Sendung ist. Jo, also wenn wir jetzt noch zwei Stunden verbringen wollen hier zusammen, dann können wir uns darüber unterhalten. Und ansonsten schieben wir es doch in Staffel 5, 6, 7? Weiß nicht. Wir hoffen also, dass es eine Staffel 5 gibt. Können wir in der neunten Folge auch schon mal sagen. Heike, es ist ja alles ein bisschen anders heute. Ich kann dich jetzt nicht mehr fragen, weil ich habe auch gar nicht alle Fragen von meinem Zettel gestellt. Aber hast du noch irgendwas, was du gerne äußern würdest, was jetzt hier durch mein konfuses Konstrukt an Fragen heute nicht rausgekommen ist? Wir haben ja den Verteidiger gehört. Und der ist ein relativ bekannter, nicht nur relativ, das ist ein bekannter Verteidiger. Und ich mag an dem diese Hemdsärmlichkeit, die er immer noch hat, obwohl er weit über das jungen Alter hinaus ist. Und vor allen Dingen mag ich an dem, dass ich finde, der hat ein ganz gutes Gespür und wie Menschen funktionieren. Und obwohl er so bekannt ist und man weiß, dass er immer dieses sehr Emotionale hat, funktioniert das bei dem. Und im Falle jetzt dieses Hells Angels bewundere ich an dem, dass er so einen Blick dafür hat, wie wichtig vor Gericht Psychologie im weitesten Sinne ist. Also wie wichtig es ist, wie zum Beispiel ein Angeklagter auftritt und aussieht. Aussieht. Und der sorgt heute noch, aber damals noch viel mehr, immer dafür, dass die zum Beispiel lange Ärmel anhatten, damit man die ganzen Tätowierungen nicht sieht. Macht einen viel besseren Eindruck vor Gericht. Und in anderen Verfahren, zum Beispiel so, keine Ahnung, bei Wirtschaftsstrafverfahren hat er halt dafür gesorgt, dass die ordentlich angezogen sind oder eben nicht so schnicker angezogen sind, je nachdem, wie das ist. Hier in diesem Fall fand ich das ganz interessant. Und ich fand das ganz interessant, dass dieser Angeklagte immer lange Ärmel anhatte, damit man diese Massen an Tattoos, die er da so hat, nicht gesehen hat. Okay, überzeugt ihn heute auch nicht. Nee, das klingt aber für mich so, als wenn er das speziell hätte. Das machen die das nicht immer. Weil das ist auch eine Frage, die stelle ich dir jetzt mal. Vielleicht kannst du die beantworten. Glaube ich nicht. Der hat gar nichts mit dem Fall zu tun. Aber genau das, was du gerade beschrieben hast, beobachte ich ja auch immer. Da kommen dann die größten Straftäter plötzlich im Anzug dahin. Das ist doch dumm. Nee, aber es ist ja oft so, siehst du ja. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Bild von Beate Zschäpe im Kopf, die plötzlich komplett anders aussieht. Meine Frage ist immer, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so interessant für den einen oder anderen, das ist jetzt meine persönliche Frage, die ich jetzt hier nutze, wo kriegen die das Cash eigentlich her? Weil manchmal werden ja auch irgendwelche Leute komplett aufgebrezelt, wo ich denke, der hat safe kein Geld gehabt. Naja, die dürfen ja, die sind ja, bis zur Rechtskraft des Urteils gilt die Unschuldsverbotung. Und wenn die Unschuldsverbotung gilt, sitzen die nicht in Strafhaft, sondern in Untersuchungshaft. Und in Untersuchungshaft, da darfst du auch deine eigenen Klamotten mitnehmen und anhaben. Die dürfen also ihre eigenen Klamotten anziehen. Nee, 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 ich meinte gar nicht die eigenen Klamotten. Also Beate Zschäpe ist insofern... Also Beate Zschäpe hat safe diesen Hosenanzug nicht besessen. Beate Zschäpe ist insofern ein schlechtes Beispiel, weil Beate Zschäpe ja diese Anhängerschaft hat, die sie finanziert. Also die hat ihr Geld... Okay, das heißt, es gibt kein staatliches Ding, dass sie sagen, okay, der hat einen Anspruch auf angemessene Gerichtskleidung. Nö, das siehst du auch. Weil die, die wirklich relativ wenig Geld haben, keinen Wert drauflegen und oder schlechte Anwälte haben, die ihnen das vielleicht nicht sagen, dass das eine Rolle spielt, wie ich auftrete. Oder aber das für richtig halten, so aufzutreten, die kommen auch, das sieht man schon, in Gefängnisklamotten. Okay, gut. Sorry, dass ich das hier für private Zwecke kurz missbraucht habe. Nee, das ist doch ganz interessant. Also bei Beate Zschäpe, ich war ja im NSO-Prozess, da war es auch wirklich so, da haben wir immer danach geguckt. Also in allem, was ich mitgeschrieben habe, steht immer als erstes, wie hat die die Haare, furchtbar eigentlich, wie hat die die Haare und was trägt sie heute? Aber die hat ja so an so einem Image gearbeitet. Das geht aber schon ein bisschen Richtung Amerika auch dann. Schon, ja. Und das hat ja auch dazu geführt, dass die Boulevardpresse dann, was hat die immer, die Nazibraut oder irgend sowas geschrieben. So irgendwie haben sie sie, glaube ich, genannt. Gut, lass uns nicht noch weiter abschweifen. Ich habe jetzt schon zwei neue Sendungen hier im Kopf, die wir eigentlich mal machen müssten. NSO oder was? Weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt aber die Zeit für mich, für meine Frage kurz missbraucht am Ende. Das mache ich wieder gut, indem ich euch Zeit gebe, eure Fragen zu stellen. Und alle Leute wissen, was das heißt. Wir gehen in der... Zuschauerraum. Wir haben zwei Fragen bekommen. Die stehen gar nicht oben am Zettel. Ich brauche den Zettel heute nicht. Das erste Zettel, den ich nicht brauche. Uns haben zwei Fragen erreicht. Man muss vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die sehr, sehr umfangreichen und lustig teilweise Reaktion auf unsere Folge mit Kita Fussel. Da sind sehr, sehr viele Fragen. Und richtig gute Fragen, Leute. Richtig gute Fragen. Wir werden die gar nicht alle beantworten können. Bitte nicht, bitte, bitte nicht enttäuscht sein, weil es sind wirklich viele. Und die erste Frage hatte der Albert, hat auf Twitter gestellt unter dem Hashtag verurteilt. Und er fragt sich, weil wir haben ja in dem Kita Fussel Prozess, ich hole die Leute kurz ins Boot, ging es ja darum, dass das keine Tierquälerei mehr war, sondern eine Sachbeschädigung, weil die nicht so einen Schmerz empfunden hat. So ein gewisser Grad. Falls ihr das nicht rafft, schaut euch die folge Kita Fussel auf jeden Fall nochmal an. Er fragt jetzt, wäre das was anderes gewesen, wenn das keine Hauskatze gewesen wäre, sondern zum Beispiel ein Nutztier, wie zum Beispiel ein Blindenhund zum Beispiel, auf den ich viel mehr angewiesen bin, vielleicht in der Situation als auf einer Katze. Was wäre dann der Unterschied? Ob das dann Tierquälerei wäre. Ob das dann egal ist. Nee, das mit der Tierquälerei, das war doch der Punkt, dass sie erhebliche Schmerzen... Genau, und er will jetzt wissen, ob das anders behandelt wird. Nee, aber natürlich ist der Wert einer Sache höher. Okay, das heißt, im Endeffekt hätte sich nur die Sachbeschädigung verändert, weil das die quasi unterstellen würden, der Blindenhund ist für den Blinden wichtiger als die Hauskatze für die Katzenbesitzerin. Ja, ja. Das heißt, im Endeffekt, ich brech's jetzt mal runter und ich bin Team Katze, ihr wisst es. Meine kleine Katze kommt bald zu mir. Aber, das heißt, im Endeffekt geht's hier darum, bei dem einen hast du einen Opel Corsa kaputt gemacht, bei dem anderen irgendwie ein teureres Auto. Ja. Na, weiß ich nicht, ob man das vergleichen kann. Hab ich auch gerade gemerkt, als ich den Vergleich gemacht hab. Gott sei Dank, jetzt hab ich ihn auch erwischt. Aber es ist eine wertvollere Sache. Vielleicht ein Bus oder vielleicht so irgendwas. Das ist jetzt vergleichbar, oder was? Nee, das ist nicht vergleichbar. Vielleicht verlaufe ich mich jetzt nicht noch mal. Auf jeden Fall hätte es eine Rolle gespielt. Im Endeffekt hätte es eine Rolle gespielt bei der Betrachtung, was... Ja, guck mal, erinnere dich doch dran, das hast du vielleicht verdrängt, und es ging noch um die Frage, welchen Nutzen hat die Katze. Und da hat doch der Verteidiger, der gleichzeitig Angeklagter war, der hat doch gesagt, irgendwie hat er doch keinen Nutzen. Was hat denn eine Katze für einen Nutzen? Ich reichelste halt mal. Aber das hat die Richterin ja Gott sei Dank relativiert, die gesagt hat, eine Katze hat schon einen Nutzen emotional, was ja auch so ist. Ja, klar. Du kannst ja nicht einfach Katzen abschießen, nur weil du denkst, das ist doch Gegenstand, gell, das tut dir nicht weh, zack, tot, nee. Funktioniert nicht. Ich hoffe, die Frage ist richtig transportiert und richtig beantwortet worden. Es hätte auf jeden Fall eine Änderung nach sich gezogen im Sinne der, wie wertvoll ist diese Sache, die da beschädigt wird. Weiterhin wäre es aber eine Sachbeschädigung aufgrund des Schmerzgrades, der in Hannover festgestellt wird von einem Institut. Liebe Grüße dahin. So, Freunde der Sonne, falls dazu noch Fragen sind, schaut euch die und hört euch die Kita-Fussel-Folge an. Die ist tatsächlich sehr, sehr kurios. Jetzt haben wir noch eine weitere Frage von Tini Meier. Und zwar meine Frage. Wenn ihr bei Verhandlungen anwesend seid, ist es euch dann erlaubt, alles, was dort gesagt wird, eins zu eins in eurem Podcast weiterzugeben? Gibt es da Einschränkungen bezüglich Namensnendungen, Straßennendungen, in denen Anwesende leben oder lebten? Und dürft ihr eure eigenen Eindrücke, die Haltung der Richter, wiedergeben? Also, wie wir die Richter empfunden haben. Also, Haltung dürfen wir alles wiedergeben. Wir dürfen auch wiedergeben, alles, was wir da erleben. Wir dürfen es einschätzen. Wir dürfen es einordnen. Wir dürfen wie jeder andere Mensch auch niemanden beleidigen und zutiefst in seiner Ehre verletzen. Das dürfen wir alles nicht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Jugendstrafverfahren und Erwachsenenstrafrecht. Wenn wir in einem Jugendstrafverfahren sind, dann dürfen wir den Jugendlichen nicht erkennbar machen. Also, wir dürfen nicht hergehen und sagen, es ist Basti R. aus dem Frankfurter Nordend, weil man ihn sonst finden könnte. Das dürfen wir nicht machen. Das dürfen wir bei Erwachsenen schon machen. Und wir machen, das merkt ihr ja auch, wir machen die Namen fast immer so, es sei denn, es sind Personen der Zeitgeschichte. Dann nennen wir sie vollständig. Aber ansonsten achte ich vor allen Dingen schon darauf, dass man sie nicht immer gleich findet. Weil sonst, wie kriegen, sollen wir das sonst mit Resozialisierung und der Idee, wir wollen bessere Menschen aus ihnen machen, hinbekommen? Ja, dem schließe ich mich an. Und das seht ihr auch im Fernsehen. Das sind die Augen, oder in Zeitungen, wenn es gut läuft, dann sind die Augen gepixelt. Wobei ich das immer grenzwertig finde. Wenn ich jemanden kenne, dann erkenne ich den auch mit gepixelten Augen. Das habe ich mich auch oft gefragt. Ich habe mich das auch sehr oft gefragt, gerade wenn du den kennst, dann weißt du halt, dass er das gemacht hat. Weil jetzt ist das allein vielleicht an der Kleidung auch oder so. Egal. Ich hoffe, die Fragen sind zu eurer Zufriedenheit beantwortet worden. Sorry nochmal, dass ich heute in der Folge meine Taktik ändern muss. Ich hoffe, das hat man nicht zu sehr gemerkt. Über Live-Shows verurteilt. Live müssen wir, glaube ich, aktuell leider nicht sprechen. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Wir werden euch da auf jeden Fall, sollte das wieder gehen, auf dem Laufenden halten. Und wir werden es safe, made, safe machen. Wir können es kaum erwarten. Ich glaube, wir können es alle nicht mehr erwarten, rauszugehen. Wahrscheinlich machen wir das in der Festhalle, weil ihr alle Bock habt, Tausenden zu uns zu kommen. Eike, atme durch. Habe ich nicht mit ihr besprochen. Werde ich auch nicht machen. War ein Spaß. Doch, dann beantworte ich alle Fragen. So, die siebenstündige Vorurteilte-Sendung in der Festhalle ist jetzt hier schon mal angedacht. Wir gucken mal, wann das wieder geht. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, vielen, vielen Dank für das nette Feedback. Du hast schon gesagt, die Hörerzahlen und Zuschauerzahlen steigen weiter. Meldet euch bei uns, um solche Fragen einzureichen. Verurteilt at hr.de, Hashtag Verurteilt bei Twitter, Instagram könnt ihr uns auch schreiben. Bleibt nett, auch wenn ihr uns eure Meinung nicht immer hier wieder findet. Das muss man vielleicht auch mal ganz kurz sagen. Kann man so sehen. Wenn man es nett formuliert, werden wir es sogar beantworten. Leute, die uns beschimpfen, ach Digga, kümmere dich um deine eigenen Sachen. Von mir war es das, Heike. Ich bin aber eigentlich, wir werden eigentlich gar nicht wirklich so schlimm beschimpft. Ich schon manchmal. Ist auch egal. Finde ich lustig. Macht's gut. In zwei Wochen. Verurteilt. Weiter weit. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.